Ist die Woche nicht hier Agro-Loss oder so'n Shit? Ja, aber das geht, Delikan hat einfach... Einfach reinrotzen, baller rein! Das ist euer Key, mir ist das Latte, ne? Wir haben nicht gerade geto-chastet den 9er Key, von daher... Okay, also Delikan meint alle drei Gruppen... Also nicht knapp geto-chastet, sondern mit 3... Ich hab das geklippt, ich bin abgesichert. So, Full-Timer. Full-Timer und noch in den Key, Junge. Key! Inka, Key! Key, do you need? Das war doch früher hier nur 5 Sekunden, das kann mir doch keiner erzählen. Nein, das war auch 10. Warte sogar extra ein bisschen. Jetzt geh ich rein... Ich hab 2 gedroff, alles gut. Ah, guck, Transcend auch so viel. Oh, den Heal müssen wir noch entlocken. Den Heal müssen wir noch entlocken. Ich hab von einem Agro. Mhm, ich seh's, ich hab' ihn. Mhm, ich seh's, ich hab' ihn. Sonst wird zu viel. Ja, weiter. Ich hab' meinen extra geklaugt, weil ich ein guter Spieler bin. Ja, Ego. Oh, fuck it. Ego, warum Ego? Ja, wir können's nicht klaugen. Ja, aber ich hab's gemacht, damit ich euch helfen kann, damit ich keine Heilung brauch. Ach, was haben wir noch, dieses Platzen, ne? Also, das ist so viel die Gleichsicht, ja, boah. Ey, warte mal, ich würde die Mobgruppe, die wir von uns einfach skippen. Aber in dem Dank schon geht's, in dem Dank schon geht's. Komm, lass einfach zum Bus vorrennen. Ja, gut, dann. Ja, ja, die hier. Alle da, alle da, irgendwas an. Nicht pullen, nicht pullen, nicht pullen. Hey, warum willst du denn die liegen lassen? Die ist noch easy. Weil die an dauernd skippen. Weil wir die an dauernd bloß adden, dadurch fast basten das Teil. Okay. Ja, gut. Wir lassen die anderen an. Ich hab zunächst noch nicht mehr. Ja, einfach nehmen und dann kannst du hier immer um die Ecke laufen. Habe ich ja. Und da ist noch eine andere Lupe? Egal, einfach mal. Oh, shit. Egal, egal, pass, pass, pass. Bordern wir weg, alles weg. Ich hab jetzt halt diesmal keinen Inker oder irgendwas. Ich hab beide Walls eben, oder? Ich schieß dich nochmal auf. Wir müssen die Hunde den Enrage runternehmen. Achtung, dass du... Ja, jetzt musst du... Heiler oben auch. Ich komme nach. Ich hab den Heiler gemarkt. Du kannst ja nicht nachkommen, du Held, mein Gott. Ja. Nein, wie... Doch, ich hab doch alles gepult, ich kann sich einfach durchhalten. Nein. Nein, wir sind doch gerade eben durchgestaffed. Du hast es richtig gewasted. Du hast es richtig gewasted. Du hast es richtig schön gewasted, weil du einfach nicht nachgedacht hast. Zum Heldelpunkt nicht Ernest possa... Ah, drecklich slower. Ich wurde rausgeholt. Ich geh sterben. B, bitte dring uns nicht infall, Dille. Der hab ich jetzt. Musst aufn Rest warten. Scheiss. Da geht er los. Ach, feitle ist auch Taifun. Okay, das war gut. Naja, langweilig, wenn wir zweimal jouwty climax machen würden wir ja ganz sonst. der boss kommt dann gleich aber mit der leute kann also nee du kannst ihn ja retten der sie gestorben ist gut ist gut okay gut ist es ist durchgekriegt ok 3 2 1 auf geht's ich verstehe gar nicht warum er lacht ich habe hier jemand ja hab doch alles gut ach ich muss ja den boss hier mal rein taunten eigentlich wollte ich mich gerade hinlegen wo du mich angeschrieben hast ja dass du den welt verpensel oder was heute wollte ich eigentlich gucken aber ich bin um drei aufgestanden deswegen 15 ne 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 morgens muss jetzt mein schlafrhythmus wieder rein kriegen ich glaube wenn ich heute durch halte dann sieht es gut aus warum denn immer nur auf mich der einzige range ist das wahrscheinlich jetzt immer ja ich glaube auch das abpackt wo wir kommen wieder und das schauen dass ich nicht nicht rausziehen dass er nicht gesettet richtig beehren und eigentlich nicht ja ich 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 habe Ajaa! Macht euch nicht ins Fremd! Oai! Eieieiei! Ich brauch mal ein bisschen Damage rein. Ich kill ihn aber noch. Ist halt tyrannisch. Seid mal bis oben euch! Komm! Hütet euch! Hütet euch! Jetzt hauen ihn um! Boah! Hau ihn um! Alter! Enge Kistler! Ja! Ja! Wollen wir eine ganze Maze sterben? Ihr könnt releasen, Leute! Komm her, ja! E-Left? Afgans, sagst du doch! Ja! Ihr könnt halt einfach releasen! Warte! Ich polier... Den einen! Er ist wirklich Afgha! Ich bin mir jetzt sicher, was er... Ah ne, er kommt! Er kommt! Er hat bestimmt nen Botbloss angemacht! Du willst halt gleich... Weißt du, die GTA gibt es drei Wochen so ungefähr und du triggerst halt die Leute jetzt schon wieder rein! Ich frage mich, ob du hier rund mit diesem Dings... Sprung runterfliegen kannst. Wollt ihr hier wieder so nen komischen Marspull machen? Den kannst du nicht! Also zwei Camps kannst du glaub zusammenziehen, das geht! Hast du deine Trees ready? Ja, hab ich! Auf geht's! Dann... Schauen wir mal, was geht! Oh, da kommt die Ratte! Boah, ich bin gespannt! Kick, 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 kick! Ausweichen, ausweichen! Bin auch, bin auch zu zählt! Hab Trance gesetzt noch? Ne, bin down! Wow! B1! Ach mein Gott, der Kick muss hätte gekickt werden! Ja... Lass's lieber langsam machen, das ist so kacke! Hammer Rope dabei und Rory! Gott gestunt! Ich... Mh? Äh... Ja, ein Wirbel drin im... Konnt ja nicht! Muss mir nur nen Cancel auch am Makro... Also nen Cancel... ...Lade Storm Cancel Makro machen... ...für Kick! Schauen wir, dass wir's halt nicht depleten! Ja... An sich bringt einem der Elber halt eh nix willen! Nö, das ist richtig! Ich kann auch nicht! Ab! Das ist nur schwer Elber und bringt nicht mehr Loot, weder weekly noch irgendwas! Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ich nen 10er in der Tasche sicher hätte! Ja, klar und 10er! Also eh... Nicht die Bliten schaffen wir schon! Die Woche ist halt echt so viel einfacher irgendwie! Seit letztens, dass es mit so ner Cancer-Woche angefangen hat! Wird... Werden die Ratten dazu kommen? Außer ihr geht n bisschen weg! Du willst es doch klein! Ey, die brauchen wir ja nicht! Mir ist das egal! Warum haben wir die jetzt noch geholen? Wir brauchen die E-Prozente! Oder die letzten Mobs wollen wir trotzdem nicht machen! Hatten aber genug Prozent deswegen! Okay! Oh wow! Ja, ich glaub die Ratten haben euch alle nen Buff gegeben! Naja! Ja, na klar! Und den Läger musst du ja reinwirbeln! Naja, irgendwer muss dafür sorgen, dass die Blit nicht mit... Naja, irgendwer muss dafür sorgen, dass die Blit nicht mit... Naja, irgendwer muss dafür sorgen, dass die Blit nicht mit... Naja, ich schau doch aus der Falle! Was haben die Defendive Ranking fallen? Was soll das für ne Falle sein, weißt du? Die ist halt so 20cm breit, aber hat einen Meter von 5 oder was? Was soll denn die Scheiße? Ne Elefantenfalle! Der jetzt hier für'n Scheiß? Ahhhh, okay... Mhm... Wollen wir mal das probieren mit alle Gleichzeit anklicken? Ne, das gefällt... Das gefällt mir nicht... Warte, und noch mal! Weißt du, was schön war? Und noch mal was? Wollen wir das mal ausprobieren mit alle Gleichzeit anklicken? Können wir gar nicht machen! Eigentlich sollte es funktionieren... Achso, mit den Buffs, ja! Achso, dass wir nicht alles klicken... Aber mit... Ja... Ich weiß nicht, rätst du grad mit deinen Zuschauern oder mit uns? Ich weiß halt nicht... Ne, ich hab... Ich hab keinen Stream an! Das hat sich irgendwie komisch an! Ja, ich bin erst... Kick, 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 kick! Oh... Ich bin geistig verwirrt... Okay, warte, warte, wo ist der Typ? Also wir klicken alle auf 3, Moment, Moment... Warte... Das klappt eh nicht... Alle? 3... 2... 1... Go! Du hast gesagt, wir klicken auf... Hat geklappt! Du hast gesagt, wir klicken auf 3 und fängst für 3 an! Das Ding ist... Ich hab gedacht, ich muss den Typen anklicken... Und danach nochmal... Und dann sprechen! Ja, ich dachte auch, aber so ist es nicht! Wenn wir jetzt halt schon wieder Stacks... Haben wir alle den Waff gekriegt? Das... Ja, ja... Okay... Wir klicken alle auf 3 und fängst mit 3 anzuzählen... Aber wir brauchen dann mehr Trash... Ja, aber wir kriegen genug Trash durch Pullen... Dann machen wir ja auch noch beim Endboss... Dann musst du die Pott... Dann kannst du die Pott mit Pullen da an der Seite dann... Team of War... Ähm... Mit Mühe und was die es gibt haben... Weil der Boss ist ja eh krass eigentlich... Wenn er uns nicht wieder ditscht... Und wir jetzt nicht die ganze Zeit betrunken wären ja... Wir machen ein bisschen Captain Jolly... Damit wir einfach noch nicht die Waffe haben... Die die ganze Zeit rumwirbelt... Am Ende... Also wollt ihr jetzt den Boss einfach so Pullen sich das richtig... Und wir ziehen wieder was dazu oder... Ja, genau... Dann... Also du musst... Warte, 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 warte... Heilo muss Banner recken... Wir können resetten, bitte... Okay, das geht... Nein, dann machst du... Okay, pass, pass, pass... Wir machen easy... Ähm... Einfach gut dodgen... Gut dodgen alles... Hier kann man fast alles gut dodgen... Äxte sind etwas ätzend, aber sonst... Das war so nicht geplant... Schön, ganze Boss versaut... Hm, sorry... Ich wollte meine Heilung drücken... Und hab aber umgebeindet auf... Wut-Effekt entfernen... Und das hat ihn gepullt... Gibt ihr jetzt gleich mal innerwert? Ah, jetzt auf eine Überhälfte meiner... Wissen wir, hab das gut dodgen... Ja... Doppel-Milli sicherlich doppelt gut... Lauf... Kleiner Snail... Lauf... Lauf... Ich diesen Scheiß... Hass hier, echt... Wir dachten an einem großen Mini-Mensch... Man kann das eigentlich komplett ausweichen... Als das Mini auch... Ähm... Axt... Ob Schürs... Schießt denn nämlich die ganze Zeit weg, der Ficker? Der mag dich halt nicht... Ist das... Ich muss das... Ich muss das wieder umbeinden... Das ist halt kacke... Hat sich meine Heilung nicht mehr gebeindet... Das ist halt ärgerlich, warum du 5 Tasten benutzen kannst, ne? Äh... Ich hab mehr gebeindet, ich hab bestimmt 10 gebeindet... W-Wies... Ehm... Ich zähl das nach dem Kampf mal nach... Vielleicht sind so... Er zählt aber auch schwere Geschütze aus herein... Es sind bestimmt mehr, es sind so 15 Tasten, aber scheiße... Können wir das nach dem Key machen? Jaaa... Weiß ich nicht... Da zählen wir dann alle unsere Tasten... Okay, das... Das war jetzt nicht gut. Warte, ich hab jetzt nicht mehr viel. Shit. Der muss jetzt mal langsam sterben, der Typ. Ja, irgendwie schon. Mach mal mit CD. Und der Schadess Zorn Spawn fahr jetzt auch gerade, ne? Den muss ich jetzt gleich mal anhauen. Sandin? Ja gut, Summers, jetzt wird man nicht mehr sterben. Highlight auch noch ein bisschen Mana übrig, ist gut. Der Monk ist echt ein sehr starker Mitte-Plus-Highlight, das kommt dann Paladin, ne? Genau so stark wie Paladin, wenn ich sogar stärker. Weißt du denn nicht, wieso? Der kann ja nicht mehr, ne? Ich fang an zu pullen, ja? Ja, ja. Hei, 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 hei. Da sollte man, glaube ich, nicht ran laufen, wenn er das macht. 6. Müssen den Boss noch killen, gell? Ja, ja. ja wenn es da gerade keine wut im bären für ja ich habe ihn noch mal getarnt aber ich bin auch fast tot ich kann da jetzt nicht mehr ranlaufen ganz ganz ruhig muss jetzt einfach nur ein bisschen laufen naja wir müssen jetzt die mobs erstmal ein bisschen killen sollte der boss uns jetzt nicht auch irgendwie hier helfen ich habe nicht das gefühl dass der irgendwas macht ne ich glaube auch nicht ich glaube dass er doch da ist er irgendwie oder man sieht ihn aber irgendwie du hast ihn erwähnt irgendwie ist er nicht so krass wie Ice hier erzählt hat ich habe jetzt aber doch hier der boxt durch boxt durch? hier passiert gar nichts ja da passiert echt gar nichts schau mal wieviel damage der macht ja nichts der andere hat instant aggro gezogen da ging gar nichts und der keine ahnung ich habe mir das Ice hier hat auch gemeint dass der letzte war das beschissenste ist ne? der scheint schon voll noch oder? der scheint gar nichts aufzauern er hat auch gesagt dass der dritte pass voll heal intensiv ist und dann gar keine heilung haben ich glaube jetzt haben wir ihn resettet ne? ich glaube dass sie das bisschen gefixt haben nein er ist noch da er boxt oh der hat den gerade auch glaub ne 200k gezogen oder so hast du ne trends? trends sind drauf sind drauf ok kann ich nämlich rein rödeln ja ja rödeln mal rein die trends sind eh drin ich habe jetzt mal mit Inka auch rein gebastelt lau ok der eine haut diesen captain ne der große ach ok das scheint doch ein bisschen damage zu machen weil der ding ist jetzt fast da pull neu pull neu pull neu ich mach auf damage zu machen dann kann man das über allem machen sie ziehen mich halt ran die kackviecher hast du innervate für Monk? ja ich kann die halt nicht so richtig antanken wenn ich oft 25 prozent live bin da rein zu rennen ist bisschen harakiri ja warte warte ich halte dich hoch ich halte dich nicht hoch ich gebe dir noch du heisst mich hoch ok alles klar ich schieße dich auf weil dich lagen my god die ziehen mich halt immer wieder ran ok jetzt scheint es safe zu sein Monk ist halt oben der boss noch am start doch schon gell ne ja doch der müsste irgendwie doch der haut da drauf ja die wurde die wurde verdroschen also ach der ist wirklich tot ja so ne volpiratusse war das die iiii was ist das von scheißeimer ja ich dachte die große kann ich so tanken lassen aber weil der andere typ hat alles weggetankt die hat alles zulegt der hat ja die ganzen captain alleine zerrödelt und jetzt dachte mir sie kann ich auch tanken lassen aber sie hat halt gar nichts ausgehalten also die ist halt instant verreckt der ist es nur ein boss da den kann man zum boss rein pullen oh warte mal ich muss jetzt mal meine fähigkeiten umlegen deswegen hab ich grad den boss gepullt ok die patoikes können wir da rein reiten was hat er gesagt man kann die anderen boss auch so ja also jede woche geht das immer und der verpackt dass der dann infall bleibt und die mobs schlägt ja krass mit dem vor letzter woche ja ja der letzte war aber schlechtes sein angeblich aber der hat richtig der gibt dir den 15% damage buff der hat auch die mobs also easy weggetankt der hat so viel damage gemacht dass er aggro gezogen hat die eine hatte jetzt nur aggro weil weil ich mich nicht mehr geholt habe ich muss mein eis essen schmutz schon das ist schon fast geschmutz das ist schon fast geschmutz ja ok alle durchgeheiz ja alle im schweinekreis stellen ihr stellt schon oder falsch kommt hin boah lass die trans das machen ok ich habe drauf gedrückt warum soll ich raus gehen fehlt mir dass du auf die mobs drauf drücken weil ich dann auf dich klicke zum beispiel fangt es wie es keiner kriegt ja das ist ja das problem wenn du da einer drin steht klickst du auf ihn und ich habe das schwein ja das schaffen wir noch locker wir haben noch 10 minuten und wir müssen fast kein tisch machen ja 20% nur aber denk an den tollen boss jetzt ne der ist richtig abfuck ja du merkst auch dass du viele prozent erfüllst wenn du das event skippst dort ne ich hätte eigentlich nur einen mob äh pullen sollen aber ich kann gleich noch äh ich pull noch die 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 putt sobald der wenn der eine kommt bei dem bei dem bei dem hey bei dem was das ist Ludwig man das ist eine lustige achso sorry Delikan hat gehirnfrost zu den Eisbeerenzen also nicht nur gehirnfrost hat der Junge gesagt also bei dem kann ich doch wenn mein Eisbeeren kann das vielleicht doch früher mal besser ausgeliefert ja schau mal ob du mit einer Hand dodgen kannst bisher gehts ganz gut wenn du so ruhig hängst dann ja ich muss ich krieg ich die rote mit einer Hand ich muss halt ich muss halt auch dodgen warte mal warte ich versuch ihn mal stehen zu lassen hast du dir denn gar nicht ins Vanille-Mövenpick-Eis gegessen jetzt? nee ich hab richtig gar nichts Pistazien-Eis von Mövenpick? nee oh müssen wir aber Pistazien-Eis musst du liefern oh Dale jetzt musst du move'n also das Helm gehts ganz gut es kommt direkt auf uns zu es kommt direkt auf uns zu abends war ich skill cap confirm kriegst du grad mit der Maus oder was? hä der kriegt doch alles ich hol mir jetzt dann auch noch n Eis wenn der hier n Eis wärm wenn Mütifluss ist wir könnten noch n wir könnten auch's reinpullen 30 Sekunden nochmal 30 Sekunden ja ich pull den doch 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 du triggerst den nicht mal du kannst den theoretisch auch stehen lassen könnten auch noch könnten auch noch mehr kleine dann ich glaub wir brauchen das gar nicht du kann wir kann wir haben doch auf den Caps geskippt wir haben das am Anfang geskippt und dann noch das von dem Event wo du das trinken musst die ganzen Mobs haben wir ja nicht gemacht wenn ihr jetzt nicht zu dem Typen hinlauft dann triggern wir den nicht mal also woher oben rein get it? der her aber du hast eh volles Mana oder? also ja ja such doch grad her ich muss die Trommeln aus meiner Tasche suchen oder? ich hab Trommeln dabei ja ist gut ah wo deine sind schlechter als meine 3 2 1 auf geht's da kommt HC ja ich bin doch dabei Mensch müsst euch alle mal ein bisschen beruhigen Achtung gleich schmeißt du den ersten Hai da wir gehen weiter Tornado Tornado Vorsicht trei ihr müsst weg ihr müsst wecken wie es aussieht jetzt noch ein aufs nix ja er hat mir dort gegeben was er mag dich halt einfach nicht oder musst du den zum Boss rein gehalten kann er sein ne ne ich wollte aber ich muss noch hier war das knapp warte einmal stellen wir lassen auf dir er zieht es einfach knallen mein aus meiner gift war wird immer alles raus gezogen ja macht das mit absicht oder ja echt rein oh Vorsicht heil ja jetzt hab ich CD's gezogen rosa ja ja ich geht das danke CD's watschmann bitte bitte das sind alle schon fertig gegessen was schau das es am besten nicht ins Millicamp zieht das immer das ätzendste hallo der haut einfach durch die Blutlarven hat nicht ins Millicamp mit dem Ding ja nicht schon wieder ich zieh mal zu CD immer wenn er nicht Banado macht Elek er macht ja dein KTPS du heilst halt bei dem Bus ja weil ich oh jetzt ist der nächste hinter mir ja jetzt kann ich mein Eis essen das macht er halt absichtlich Partei geschmissen aufpassen zieh den mal nicht ins Millicamp das ist das ätzendste ja ich bin dabei ja ich bin ich gecheckert der nächste mhm Plakardern weil er den da hingeschmissen hat den der Woderchen gezogen ja einfach ja brauchen wir noch 5 wir waren noch Trash haben wir jetzt noch 2 noch für uns hier die PUT gleich dann ja können wir gleich machen was mit Delekan hier ah ja nix 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 ist Eis geholt na 2 aber es nicht hat Delekan depleted gut gemacht war jetzt bei jedem Boss tot oder hier mhm h 5 mal gestorben ist er ja ajajajaj nix wofür jetzt besonders anstrengend weil wir ja praktisch in den behinderten das behinderte kid beziehen ich weiß nicht wenn wir jetzt noch wenn wir jetzt noch try-harden an BigPool machen dann können wir vielleicht können wir es vielleicht noch schaffen 10% oder oder den Depeat können wir schaffen dadurch ja nein aber dings kann ja das kriegst du wenn du da vorne jetzt die part plus die rechte gruppe puls ist doch ist doch egal wenn dann schaffst du haben die drei minuten gedauert naja könnten es probieren ja warte ich hätte jetzt erst die noch gemacht okay das kriegen wir nicht ob ich hier oben kann man besser aus ja aber ich muss musik halten und klatschende motivation und eigentlich eh nur die der hier schlimm gemacht den schädten aus müssen und dann der eine der hier sie noch mal kicken kannst du kurz zusammen tanken dann kann ich ein wirbeln nee sonst dann sterbe ich habe ich habe ich habe ich habe nichts ich bin ja ich habe ich habe ich habe ich habe guck hey du schaffst das gut dass wir das jetzt gepackt haben aber als trotzdem geblieben wir haben halt schon eben viele passen ja jetzt müssen wir müssen jetzt nur noch den post töten zwei minuten ist geschafft macht macht dann macht dann master an ja ne 2 30 haben wir gerade mal das schafft man nicht und heiler muss noch mal nach recken setzt sich hin 321 auf geht's aus dem ddk das ist das hier diese goldbahn die ganze scheiße liegt wo du dann hängen bleibst und dele kann man mehr als sieben könnt ihr best machen weil ich muss die heiligkeiten guck wie gut ich die abgelegt habe dass wir hier viel platz haben hallo da kommt er wieder wollte mich gar nicht aber ich gerade nice und glaube wenn du ihn vorher tötest wenn dele kann andersweise dps machen würde dann hätten wir das hier na gut wir haben jetzt noch 50 sekunden hier 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 Na, das wird nichts mehr. Hier kann man sogar stunnen, ich mach hier. Ey, komm lass mal wieder zurück gehen, weil hier ist langsam ganz schnell... Ja, ja, ich lauf da. Also da hinten ist aber schlimmer. Ich lasse, äh, hier, ich lauf. Warte, warte, ich lauf durch den Shit durch. Ja. Kann das sein, dass das hier gar nicht mal weggeht, der Scheiß? Doch, doch, geht jetzt weg. Dauert jetzt zehn Sekunden oder so, dann haut's ab, jetzt. Okay, gut. Ich glaub mit diesen komischen... Ich glaube, ich bleib jetzt da noch, bleib jetzt da noch. Äh, Achtung. Oh, shit. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Ich geh fest, ich komm nicht raus hier, ich komm nicht raus. Instanz mit zwei Millis. Du eine dumme Scheiße. So, jetzt gehen wir. Komm, ich hab ein bisschen bespringen. Dann nur Skilled. Das dauert halt ewig mit Tyrannical, dass du so'n Kack-Boss killst. Es ist ja... Es ist ja... Es ist ja... Es ist ja... Also wenn die ja... Also... Haben auch gerade zwei Diss dabei, die heilen den Boss, ne? Es ist ja... Aber... Also das ist jetzt nicht... Oh, jetzt... Was ist das? Kommt hier ins Loch. Warte, hier ist nicht gut, hier ist nicht gut. Kommt hier nur, komm hier nur. Kommt hier nur. Ja, was soll ich denn machen? Das ist ja nicht überhaupt nicht gut, das hier wird rausgekickt. Wir killen die... Oh, da kommt der Typ, komm! Ich hab ihn knock-backed. Kill die... Oh. Jawoll! Scheiße, war das Klamm. Hier ist richtig gut, ja klar. Aber an der Clip ist am besten. Ja. Warte. Das ist mega da. Es hätte halt ein Zweier werden können, wenn wir sagen. Ja, ganz ehrlich. Der Niner... Der Niner, den kannst du wirklich tweet-chesten. Das ist eigentlich gar nicht mehr so'n Problem. Ui, wir sind mit den Rücken gehen. Zehner-Keys für die Gilde-Ready. Ich brauch jetzt erstmal ne Pause, weil ich bisschen was machen muss und dann müssen wir noch... Was? Und dann wollte ich jetzt noch direkt den Zehner machen. Ja, ich wollte eigentlich schon abstauben gehen. Ja gut, dann lass den jetzt gleich machen. Was haben wir für einen? Was ist der Beste, den wir haben? Einen des Sturms geht eigentlich, oder? Toll-Dagor! Geht eigentlich! Toll-Dagor nicht, Alter. Ja, wenn alle 12,5 machen hier bei der Instanz, oder würden, dann hättest du wirklich einen Dribble-chest. Schreien des Sturms ist doch nur der eine Boss schwer mit den beiden. Ja. 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 Ja.